so hallo und herzlich willkommen heute wieder kleines tutorial und zwar will ich euch mal zeigen was meines erachtens die beste möglichkeit ist einfach auf den silo zu kommen also den berühmten silo jump deren die meisten machen ja mit boost aber wenn man einfach mal alleine ist und einfach kein partner hat zum boosten ist das finde ich die einfachste möglichkeit aus ihr könnt natürlich perfekt strafen hier zeige ich euch jetzt einfach mal ohne strafe was drauf und ihr könnt auf silo können schüsse austeilen natürlich optimalerweise mit der scout oder mit awp könnt main gehen und ja also hier seht ihr das haus diesen grauen rückständen und damit ist wo ich gerade hinschießt und so eine gerade linie der müsste lang gehen und dann so ein bisschen leicht links rüber dieses roh entlang da müsste hin zielen dann springt ihr und das wichtigste ist ihr müsst ganz vorne von der linie abspringen also maximal weit vorne und w loslassen im flug und euch ducken das ist ganz wichtig also w loslassen in der luft und dann ducken drücken dann landet ihr perfekt drauf das ist bedarf ein bisschen übung aber es ist weiß ich nicht vielleicht leichter als ein strafe jump hier sieht man jetzt die linie noch mal zwischen den zwei grauen ding oder diesem haar dann geht ihr nach oben zielt ein bisschen auf dieses rohr das ist ein bisschen links rüber geht quasi springt duckt euch w loslassen in der luft und ihr seid drauf könnt dann noch voll ins hoch hüpfen und seid auf dem silo was auch immer jo will ich gar nicht länger ziehen wenn ihr die anderen auch noch sehen wollten strafe jump oder irgendwas könnte es gerne in die kommentare schreiben ansonsten gebt einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat by the way sorry für die abgefuckte qualität weiß nicht was da jetzt wieder schief gelaufen ist ich habe aufgenommen mal wieder mit obs keine ahnung irgendwas verkorkst mit den einstellungen aber gut ich hoffe es hat euch trotzdem geholfen